Heute beginnt sie, die dritte digitale Woche Kiel. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Es ist eine tolle Woche wie in den letzten beiden Jahren und doch ist sie wieder ganz anders. Sogar 300 Veranstaltungen dieses Mal. Wir haben uns weiter professionalisiert, wir sind internationaler geworden. Die Vielfalt ist geblieben, lasst euch das nicht entgehen und ich freue mich auf die nächsten acht Tage. Ja, ich freue mich sehr heute hier bei der Eröffnung der digitalen Woche hier in Kiel zu sein und muss sagen, als ich einen Blick aufs Programm geworfen habe, war ich wirklich positiv überrascht und da hat mein Herz höher geschlagen, als ich gesehen habe, dass es so divers ist. Es kommen ganz unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure zusammen und Diversität ist ja auch etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich mit Global Digital Women ja daran arbeite, dass die Welt diverser und weiblicher und digitaler wird und darüber werde ich heute auch sprechen. Ich freue mich.